Gott, das Video wird krass, ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeug gehabt. Wir haben unseren Wechselrichter der Firma Deye, wie er immer man das ausspricht, zeige ich euch nachher noch gleich im Detail. Ich habe unseren differenziellen Testkopf organisiert, damit wir 230 Volt messen können. Wir haben mein Rigol-Oszilloskop hier und ich habe mein Rigol-Netzteil da stehen. Das heißt, wir können die PV-Platten vielleicht simulieren, wir können die 230 Volt messen und wir schauen uns erstmal die Schaltung an, indem wir das Ding aufschrauben und schauen, was drin ist. Also wie gesagt, Firma Deye, das ist, glaube ich, die, wo so ein bisschen verrufen ist. Ich habe mir tatsächlich keines der Videos angeschaut, wo die Leute sich darüber aufregen, dass das nicht so gemacht ist, wie es gemacht werden hätte sollen. Von dem her, ich lasse mich jetzt mal völlig überraschen, was mich da erwartet. Nur noch ein paar so Input-Details, damit ihr das Ganze wisst, der Inverter kann maximal 60 Volt Eingangsspannung. Er kriegt jetzt 25 bis 55 Volt, er hat quasi hier zwei String-Eingänge, einmal hier, einmal da. Wir haben einen Eingangsbereich, 13 Ampere, zweimal kann er maximal ab, 230 Volt gibt er aus und 2,6 Ampere maximal, sollten also ungefähr 600 Watt sein, wenn man das ausrechnet. 96,5% Wirkungsgrad soll er haben, ich weiß es nicht. Er hat hier einen Anschluss für einen weiteren Wechselrichter, wenn ich es aufkriegen sollten wir jemals. Ah, ist oben geklippt. Man könnte quasi mehrere Wechselrichter in Serie hintereinander schalten, dann könnte man also auf mehr Leistung kommen. Das Kabel ist enorm dick von dem Teil, also das hat 3C, also 3 Phasen, 12 AWG. 600 Volt kann er ab, Feuchtraum oder trocken, bis 90 Grad kann es ab, also ist ein Kabel, das mehr Temperatur abkann als die normalen. Und ja, DIR, BIR, SUN, RES, also Direkt-Burn-Sun-Resistenz, also ich gehe mal davon aus, dass vermutlich UV-fähig ist, also dass nicht leider Isolierungszeugs abbröselt, weil er bis die Sonne drauf scheint und bis minus 40 Grad kann das Ding auch noch ab, also ein erweiterter Temperaturbereich. Na gut, dann schrauben wir mal auf und schauen, was uns erwartet. Na, ich glaube echt, das ist vollflächig verklebt, das Ding. Zwei Stunden später. Planänderung. Wir geben Spannung drauf an dem Teil hier. Dazu brauchen wir aber einen Zwischenadapter. Ich habe zufällig einen perfekten Zwischenadapter gefunden, und zwar eine Dreifach-Steckdose. Bedeutet, wir können die jetzt hier einfach ein... Das irritiert mich ein bisschen, dass das Ding klappert. Das schrauben wir jetzt mal sicherheitshalber auf. Ich möchte jetzt ja nichts sagen, aber es war in der Steckdose, es ist sehr weich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das ein Stück Lötzinn ist. Schon mal gut, dass wir es aufgeschraubt haben und geguckt haben, was da drin klappert. Die schließen wir jetzt hier an. Wir kommen also dann mit unserem Balkonkraftwerk hier dran. So, männliche Stecker ist immer positiv, weibliche Stecker ist immer plus. Das heißt, das müsste eigentlich... Und dann geben wir jetzt mal eine halbe Sampere drauf, dass das Ding nicht sofort brennen anfängt. Jetzt schalten wir mal in Strom ein. Ah, jetzt ist er blau. Okay, jetzt hat er gerade blau geleuchtet. Und jetzt zieht er ein halbes Ampere. Jetzt habe ich gerade mal Testhalber das Ganze darüber gesteckt und habe jetzt nochmal eine intelligente Steckdose zwischen dem Wechselrichter hier und meinem Strom gesteckt, damit wir hier die aktuelle Leistung anschauen können, die aus dem Wechselrichter kommt, denn die Anzeige von... Also die Original ist einfach ein Krampf. Und jetzt will ich aber nur mal schauen, weil ich bringe jetzt hier 24... Also laut Netzteil kommen irgendetwas zwischen 25 und 29 Watt raus. Der versucht jetzt hier natürlich zu tracken. Hier kommen ungefähr 25 Watt raus. 22 bis 25, 25 bis 29 4 Watt. Also wir sind von 96% schon eher etwas entfernt. Und jetzt stecke ich nämlich hier mal schnell um. Die Bananenbuchsen im Übrigen passen hervorragend in den PV-Stecker rein, habe ich festgestellt. Und da brauche ich halt eine Krokoklemme für den männlichen Part, also um den männlichen zu simulieren. Der Wechselrichter startet. Er hat wieder Spannung anliegen am PV-Modul. Er muss dann immer alle starten. Er zieht wirklich die Energie aus dem PV-Modul. Er holt sich keinen Strom aus dem 230-Volt-Netz. Das sind nur Referenz und so. Die Spannungsversorgung für sich selber hat er wirklich tatsächlich aus seinem eigenen PV-Modul. Also der ist wirklich sehr effektiv, wie er arbeitet. So, jetzt zieht er ein Ampere. Und er liefert auch hier die entsprechende Leistung. Jetzt gehen wir mal auf 3 Ampere hoch. Versucht sich irgendwie einen Arbeitspunkt zu finden gerade. Das ist bei 75, 78, 80 Watt. Jetzt steht da konstant 91, 92 Watt, die er ausgibt. Und wir haben an der Steckdose 84,2 Watt. Dann fahren wir hier einmal in die Steckdose rein. Ich bin ja nur froh, dass das keine Kindersicherung hat, das Ding, weil sonst würde 3 mal nicht reinkommen. Wir haben eine differenzielle Messung. Wir sind komplett safe. Wir haben hier alles Kategorie 3. Wir dürfen also messen. 1000 Volt VRMS kann das Ding auch. Wir haben jetzt hier eine galvanisch getrennte 230 Volt Versorgungsspannung. Wenn ich keinen Autotrigger nehme, sondern normaler Trickere, dann müsste eigentlich, sobald die Welle zusammenbricht, stehen bleiben. Wir schauen es uns jetzt einfach mal an und schauen, was passiert, wenn ich den Schalter umlege. Er hat vermutlich da hinten nicht mehr aufgezeichnet. Wir sind in einem stabilen Zustand. Wir kriegen bei 2 Ampere in etwa 56 Watt aus dem Balkonkraftwerk raus. Ich schalte... Also auf jeden Fall ist aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen gerade der Fi von der ganzen Wohnung geflogen, wo ich den Stecker da ausgeschaltet habe. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, weil eigentlich sollte der Fi fliegen, wenn ich eine Steckdosenleiste ausschalte. Arbeitspunkt gefunden. Er liefert die 50 Watt. Wir schalten das ganze Ding aus. Und... Ich will der Fi, ich kriege die Krise. Der letzte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, lassen wir es gut sein. Ich schalte die Spannung aus. Es funktioniert. Er trickert. Man kann jetzt was Wundervolles erkennen. Zum einen haben wir schon mal eine Überspannung da, die kurz auftaucht. Ich bin gerade etwas beunruhigt, wie sowas eine CE-Prüfung haben kann, kriegen kann. So, wir schauen uns das Ganze nochmal hier am Screenshot vom Oszilloskoppild an. Ich habe vermutlich irgendwo hier, wo auch immer, die Spannung ausgeschaltet mit der Steckerleiste. Und eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass die Halbwelle hier weiterläuft und irgendwo hier der Wechselrichter eine Spannung von Null ausgeben würde, so wie es eigentlich sein sollte. Er hat allerdings hier beschlossen, nee, er geht nicht runter mit der Spannung. Er hat sogar einen Spannungsüberschuss. Also er gibt sogar nochmal deutlich mehr Spannung aus. Das schauen wir uns nachher gleich an, wie viel das ist. Plus, anstatt dass er hier ungefähr bei Null sein sollte, 50-Gold-Wechselspannung, die er haben sollte, darf ja immer... Sind wir mal in dem Bereich. Dann haben wir hier 100, 200, 300, 350. Rechnen wir es gut. Sagen wir eine Viertelsekunde, wo Spannung noch drauf ist, die auch gefährlich sein könnte. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, man ist nicht so schnell, dass wir in einer Viertelsekunde, in einer halben Sekunde, wie auch immer wir das ausrechnen, den Stecker raussteckt und auf die Zunge fährt, damit man einen kleinen Schlag auf der Zunge kriegt. Das wird man vermutlich nicht hinkriegen. Aber es ist, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nicht sonderlich gut und auch nicht wirklich erlaubt, dass er nicht innerhalb von einer halben Halbwelle abschaltet. Das Ganze kann natürlich auch sein, dass das der Grund ist, warum man FI fliegt, weil er hier einen Spannungsüberschuss hat. Vielleicht leitet er da irgendeine Überspannung über den PE zurück. Und das reicht dann vielleicht, dass der FI fliegt. Ich weiß es nicht ganz genau. Allerdings schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an in gemessener Variante. Ich habe hier unten BY gemessen. BY ist minus 320 Volt. Minus 320 Volt entspricht den 230 Volt RMS, die wir haben. Also effektiver hat 230 Volt, 320 Volt die Spitzenspannung. Die Spitze hier oben, die der Wechselrichter uns generiert, hat 423 Volt. Also da sind wir schon ein gutes Stück drüber. Da muss man es mal schnell ausrechnen. 423 Volt durch Wurzel 2 das Ganze sind wir bei 299 Volt. entspricht also 290 Volt RMS, was schon, naja, etwas drüber ist, wie eigentlich erwartet. Das Ganze nochmal nachgerechnet, nur damit ihr es wisst, dass ich kein Blödsinn rede, die 320 Volt durch Wurzel 2 sind in etwa die 230 Volt, die wir hier haben. Ja, wir haben also da tatsächlich jetzt einige Spannungen, die nicht da sein sollten. A, haben wir eine hohe Überspannung von 290 Volt. B, haben wir einen vermutlich Kondensator, der sich irgendwo drin entlädt. Das Ganze, ich habe irgendwas gehört, so vom Bemängeln her, es fehlt ein Relais, das diese Trennung zuverlässig macht. Ich behaupte, man kann das Ganze mit Halbleiterbauteilen vermutlich auch zuverlässig trennen. Ein Relais kann auch kleben bleiben. Also von dem her ist auch für mich ein Relais nie eine zuverlässige Trennung für sowas. Man kann das definitiv auch mit Halbleiterbauteilen lösen. Das Ganze, wie die gesetzlichen Vorgaben sind, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß nur, dass der nicht in der vorgegebenen Zeit vermutlich die Spannung so absenkt, wie er sie denn absenken sollte. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn wir das Ding nicht aufschrauben konnten, weil es leider Gottes, leider leider Gottes, so verklebt war, dass es nicht funktioniert hat. Ich werde ihn trotzdem noch verwenden auf meinem Balkon, so wie ich den jetzt hier vermessen habe, weil es klebt eh drauf. Ich bin ja Laie. Ich kenne mich mit Strom ja gar nicht aus. Von dem her wird es schon passen. Ja, kommentiert mal rein, ob ihr auch ein Balkonkraftwerk habt, ob ihr vorhabt, ein Balkonkraftwerk zu installieren bei euch daheim. Ich finde es cool, weil es gerade hier so EHIO, das Büro, tagsüber super abdeckt, wenn die Sonne drauf scheint. Da kommen so 300-400 Watt drunter von dem Balkonkraftwerk und somit ist PC und alles drum und dran abgedeckt, was ich ziemlich cool und praktisch finde. Ja, Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Das war's für heute.